Von dem 9. August 23 finde ich dezente Sterbefalle von verschiedenen Städten auf der Welt, für diese Weg. Gestorben aus dem 1. August 23 finde ich direkt ein Ort, wie Bind in Maria Bielasch, ihre Tochter Maria. Im Allerfond 3 Jahre und 8 Monate, von Kolonia Valle de Merced, Bolivia. Er fuhr auch mit einem Traktor und ihr gefahren. Gestorben aus dem 2. August 23 früh geht Panische, geborene Katharina Potters-Krohn. Im Allerfond 3 Jahre und 9 Jahre, von Zwölf Oldenheim. Verheer Wohnhof gewaß an Campo 14, Scheindorf, Quokdemok, Chihuahua, Mexiko. Gestorben aus dem 2. August 23 gab Rema Fär. Im Allerfond 4 Jahre und 9 Jahre, von Campo 5, Las Virginias, Casas Grande, Chihuahua, Mexiko. Seine Früh als geborene Katharina Friesen. Sie starben aus dem 1. August 23, Wettmann, Knaus Rampel, Friesen. Im Allerfond 48 Jahre und 9 Monate, von Alma, Ontario, Kanada. Seine erste Früh, wie geborene Katharina Giesreich, sei starb am 2. August 23. Der zweite Früh, wie geborene Anna Kloßen. So haben Amt dort in seine Wohnung gefangen. Sie starben aus dem 1. August 23, die Hohenbrühen. Im Allerfond 4. August 23, von Tilsenburg, Ontario, Kanada. Seine Früh als geborene Elisabeth Beeb. Stoomen uit Nuevo Ideal, Durango, Mexiko. Sie starben aus dem 2. August 23, Wettmann, Huns Werner, Niefeld, Rema. Im Allerfond 45 Jahre und 6 Monate, von Winnipeg, Manitoba, Kanada. Seine Früh, wie geborene Annie Krieger. Sie starben aus dem 1. August 23, Früh Isak Woid Derksche, geborene Katharina Kloßen-Mortis. Im Allerfond 46, 19 Jahre und 6 Tindio. Von Stembach, Manitoba, Kanada. Sie starben aus dem 8. August 23, 1923, Raid Wieb, Savozio. Im Allerfond 48, 2 Monate und 12 Dio. Heu es Opferhofs gestorben. Von Rosenthal, Nürnmano, Paraguay. Seine Früh als geborene Helena Folt. Sie starben aus dem 4. August 23, Jepfer, im Allerfond 44, Heu es um Hotschlag gestorben. Von Camposaz, La Pampa, Argentinier. Seine Früh als geborene Elisabeth Thyssen. Sie starben aus dem 3. August 23, 1923, Oberenpäutersch, Friesen. Im Allerfond 46, 20 Jahre und 6 Tindio. Heu es um Hotschlag, Salz, die Schuhe. Von Saskatchewan, Kanada. Seine älteren Sein Heinrich, in Eifer, Friesen, Päutersch. Vorher von Bolivia. Sie starben aus dem 2. August 23, 1923, die Hohenbrühen wohl. Im Allerfond 48, 20 Jahre und 6 Tindio. Von Stembach, Manitoba, Kanada. Seine Früh als geborene Elisabeth Lisa Schroeder. Sie starben aus dem 3. August 23, Wemond Johon John Fair Fair. Im Allerfond 48, 20 Jahre und 5 Tindio. Von Stembach, Manitoba, Kanada. Seine Früh wie geborene Agonata Niefeld. Sie starben aus dem 2. August 23, 20 Jahre und 6 Tindio. Sie starben aus dem 3. August 23, Früh, Bernhard Benigitsche, geborene Anahora Boyen. Im Allerfond 49, 10 Monat, und 5 Tindio. Und Arbeitsfahrt, Kanada. Vorher, Wohnhof an Südmano, Paraguay. Sie starben aus dem 4. August 23, 23 Tindio. Duv Südmano, Schmatt. Im Allerfond 34, 20 Monat. Heute hat es vor und schief gelesen. Von Colonia Riva Palacio, Brecha, Bolivia. Seine Früh als geborene Katarina Boyen. Heute hängen laut Seine Früh in Sävenchenja. Sie starben aus dem 2. August 23, Früh, Henry Leverence Südman. Geborene Marguerite Peter Schneefeld. Im Allerfond 24, 21 Monat. Von Winnipeg, Manitoba, Kanada. Sie starben aus dem 4. August 23, Jean-Hobrand Kroon. Im Allerfond 58, 10 Monat, in Sävenchenja. Heute hat auch zwei Schwäge und Träfchen gelesen. Von Edmonton, Alberta, Kanada. Seine Früh als geborene Rosie Pana. Vorher von Paraguay. Sie starben aus dem 3. August 23, Frank Ernst. Im Allerfond 78, von Osterwick, Manitoba, Kanada. Seine Früh als geborene Mary Wolf. Sie starben aus dem 5. August 23, früh alteste Jeb Anche, geborene Helena Wolf, Friesen. Im Allerfond saßen Tag in Dich Joa, 5 Monat, in 25 Dio. So er als schworkrank gewaß. Von Manitoba, Kalini, Paraguay. Verherrwohnhof gewaß ein Blumentol, Campo 25, hochdemokschi woa, Mexiko. Sie starben aus dem 2. August und in 23 Dio. Wehtfrüh, Edward Paitach, Nalsen. Die geborene Alice Elisabeth Haubrand. Paitach. Im Allerfond 88, die Joa, 7 Monat, in 27 Dio. Von Winnie Peikman, die Tauber, Kanada. Er moß starb im Dioa, 20 Saustien. Die sterben aus dem 2. August und in 23 Dio. Mervyn Jake Beeb. Im Allerfond 85, von Winkler, Manitoba, Kanada. Seine Frühjahrsgeburne, Becky Ann Dich. Die sterben aus dem 5. August und in 23 Dio. Florian, sowohl's Japaner. Im Allerfond 40, von Winnie Peikman, die Tauber, Kanada. Verherrwohnhof in der Kolonii Mano, Paraguay. Seine Eltern sind Rudolf und Anna Savozio. Sie sterben aus dem 7. August und 23 Dio. Isaac Jenta. Im Allerfond 21 Dioa. Hei es nicht befried. Hei hat gestern ein Muttersigel Eutlag geholt mit einem unteren Tup zu fahren von Las Palmas, Bolivia. Seine Eltern sind Martin Jenta. Sie sind Wohnhof in Koncepcion, Bolivia. Sie sterben aus dem 7. August und in 23 Dio. Rich in Hallen Remas Ersehen Jesuah. Im Allerfond 13 Dioa Ben Janin Dio. Von Wachsahl Centro Alberta, Kanada. Sie sterben aus dem 6. August und in 23 Dio. Früh B&G's Brasche geboren Susanna Indro Wiens. Im Allerfond 17 Dioa drei Monate in 29 Dio. So haben er von der den 7. August dort gefangen. Von Bernwald Alberta, Kanada sei es und Hortschlag gestorben. Sie sterben aus dem 7. August und in 23 Dio. Jebwohl Dic im Allerfond 21 Dioa 5 Monate in 27 Dio. Er starb um Hortschlag von Campo 7-7 Dioa von Tumax Chihuahua, Mexiko. Seine Früh als geborene Margarita Leuven. Sie sterben aus dem 7. August und in 23 Dioa Walter F. Funk im Allerfond 24 Dioa auf Monat in 9 Dio. Hier hat ein Adelag wie eine Praß wo heute angedreht wird von Kalani in Barchtol Paraguay Seine Früh als geborene Frieda H. Hiebert Heihengel hat Seine Früh in Piefkengel Sie sterben aus dem 3. August und in 2023 Jakob James Bergmond Remer im Allerfond 3-7 Dioa in 24 Dio von Riverton Manitoba Kanada Seine Früh als geborene Ruby Platt Sie sterben aus dem 8. August und in 2023 wird Früh Frank Pote Geborene Helena Zacharias Wieb im Allerfond 4-7 Dioa in Ninti Dio von Wengler Manitoba Kanada vorher Wohnhof Gewass an Campo 74 Hock Demok Chihuahua Mexiko Sie sterben aus dem 8. August und in 2023 Früh Joel Schiri Geborene Ingrid Ursula Friesen Inru im Allerfond 73 Dioa 5 Monat in Saasdeau von Loma Plata Paraguay Er 1. Mohn Wir Horns 1 Heustarp Am Dioa Hör Anskobat Willkommen Verdi An Grauten Nomen Gäuse Christi Wir Danken Dio Anskan Während Vier Abde Ir Leben An Diesen Grauten Nomen Hovnung En Freitas Shenz Möch Dioa Dien Gäst Irgendwo Den Ansk Geboren Wôrn Am Is Mat Gäuses Christus Einig zu merken, muss wir in all unserer Bewohnerin lernen, dort bitte es sich geduldig zu überwerfen und zu dominieren, bitte die Däunen auszuharschen, bitte die Stolzste zu sein und drücken auf andere Üben, geben Sie uns diese Anstallung, machen diese Anstallung wie viele Anstunden tun mit euch nicht, bloß an Ehre wir in Gedanken Christen sind, über euch am Horten Christen, die Ehre nächsten Läuven in ab dieser Schrift, die wir und mit denen ihr Läußer sind. Amen.